Hallo und willkommen im RepExpert Training Center. Heute geht es um das Radlager mit Stirnverzahnung. Was ihr hier beim Anbau der Gelenkglocke der Antriebswelle beachten müsst, das zeige ich euch nach dem Intro. Radlager mit Stirnverzahnung werden bei angetriebenen Achsen eingesetzt. Sie können bis zu 50% mehr Drehmoment übertragen als radial verzahnende Version. Zudem ist der Einbau einfacher, da die Gelenkglocke der Antriebswelle wesentlich kürzer ist wie bei den radial verzahnten Versionen. Beim Einbau der Antriebswelle müsst ihr darauf achten, dass die Stirnverzahnung der Antriebswellenglocke exakt oder auch formschlüssig in der Stirnverzahnung des Radlagers sitzen. Eine Sichtprüfung ist hier nicht möglich, weil hier eine Schnittstellendichtung verbaut ist, die den Blick auf die Verzahnungen verwehrt. Zur besseren Darstellung entferne ich jetzt mal die Dichtung an diesem Radlager. Ihr dürft das keinesfalls tun, denn sonst dringt Wasser in die Verbindung von Radlager und der Antriebswelle ein und es kommt zur Korrosion. Achtet also auch bitte immer bei der Montage, dass ihr diese Dichtung bzw. die Schnittstellendichtung nicht beschädigt. Wenn die Verzahnungen in der Position Zahn auf Zahn gewaltsam verschraubt werden, kann das Drehmoment nicht sicher übertragen werden bzw. die Verbindung kann sich gegebenenfalls lösen, sodass das Fahrzeug dann liegen bleibt. Um dies zu vermeiden, ist es am besten, wenn ihr die Antriebswelle von Hand in die Stirnverzahnung des Radlagers einsetzt. Hierbei müssen die Zähne spürbar ineinander greifen. Danach haltet ihr die Antriebswelle in dieser Stellung fest und setzt die Schraube ein und zieht sie anschließend mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest. Die Schraube ist in der Verpackung enthalten. Sie ist häufig mit einer Feder ausgestattet, die diesen Montagevorgang erleichtert. Aber auch Schrauben ohne Feder können bedenkenlos verwendet werden. Also, achtet bitte bei der Montage darauf, dass die Verzahnungen ineinander greifen und dann setzt ihr die Schraube an und zieht sie mit dem Drehmomentschlüssel fest. Auf keinen Fall einen Schlagschrauber verwenden und diese Verbindung einfach so festziehen. Denn dann besteht die Gefahr, dass die Zähne übereinander stehen und es zum Schaden kommt. Das war's aus dem RepExpert Training Center. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.